Typisch Deutsch. Willkommen zur vierten Folge von Typisch Deutsch. Mein Name ist Franklin Tummerscheid. Heute geht es um das Thema die deutsche Pünktlichkeit. In Deutschland haben wir ein Sprichwort, das lautet 5 Minuten vor der Zeit ist es deutschen Pünktlichkeit. Es wird als schlichtweg unhöflich angesehen, jemand anders warten zu lassen, wenn man einen Termin vereinbart hat. Das zeugt dann wiederum von mangelndem Respekt und man sagt in Deutschland ziemlich klar, wie soll jemand zuverlässig sein, wenn er noch nichtmals pünktlich sein kann. Pünktlichkeit nimmt also tatsächlich einen hohen Stellenwert in Deutschland, in der deutschen Kultur ein. Und wir bringen uns schon unseren Kindern bei, pünktlich zu sein und mit dieser Pünktlichkeit dann halt auch den Respekt gegenüber denjenigen zum Ausdruck zu bringen, mit denen man verabredet ist. Nun bleibt aber noch die Frage, sind wir Deutschen tatsächlich so pünktlich, wie wir gerne sein möchten und es ist nicht ganz so einfach, diese Frage auch objektiv zu beantworten. Ja, wie so oft helfen auch hier nur Statistiken und Berichte weiter, um ein objektives Ergebnis zeigen zu können. Und ich habe hier mal eine Schlagzeile des Tagesspiegels aus dem Januar 2020, der sich mit der Pünktlichkeit der Deutschen Bahn beschäftigt. Nach diesem Artikel ist es mit der Pünktlichkeit der Deutschen Bahn definitiv nicht sehr gut bestellt. Im Jahr 2019 war jeder vierte Fernzug verspätet. Und das, obwohl die Deutsche Bahn sechs Minuten Toleranz gibt. Das heißt, ein Zug gilt erst dann als verspätet, wenn er sechs Minuten nach der angekündigten Zeit ankommt. Was natürlich bedeutet, wenn man die angekündigte Zeit als Bemessungsgrenze nimmt, kommen noch viel mehr Fernzüge zu spät. Und diesen objektiven Bericht kann ich aus meinem subjektiven Empfinden nur bestätigen. Durch meine ständigen Reisen in meine Einsatzgebiete, sei es früher in Georgien und Afghanistan oder heute in die Ukraine und die damit verbundenen Reisen nach Hause und zurück wieder zum Arbeitsplatz, muss ich ganz klar sagen, der größte Unzuverlässigkeitsfaktor auf meinen Reisen ist die Deutsche Bahn. Also bleibt festzustellen, ja, wir Deutschen werden tatsächlich zur Pünktlichkeit erzogen. Pünktlichkeit ist ein wichtiges, na ich will es nicht Kulturgut nennen, aber es ist halt ein wichtiges Merkmal. Und institutionell ist diese Pünktlichkeit allerdings leider nicht so gegeben, wie wir es gerne hätten. Und was machen wir? Naja, wir richten uns darauf ein. Wenn wir wissen, dass unsere Züge verspätet waren, dann fahren wir halt Einzug früher und nehmen in Kauf, dass wir warten müssen. Das ist immer noch besser, als jemand anderen auf uns warten zu lassen. Ja, und somit bleibt mir eigentlich nur noch übrig festzustellen, ja, Pünktlichkeit ist tatsächlich typisch deutsch. Es liegt in unserer Erziehung, es liegt darin, dass uns vermittelt wird, dass Pünktlichkeit ein Ausdruck von Respekt und Höflichkeit ist. Und wir tun halt alles in unserer Macht Stehende, um pünktlich zu sein und damit diesen Respekt und diese Höflichkeit anderen gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Und damit verabschiede ich mich für heute aus der Ukraine mit einem typisch deutschen Tschö. Typisch deutsch. Typisch 빨f